Das sieht doch aus wie ein harmloses Word-Dokument mit einer Rechnung, oder? Na nun, das Dokument ist ja leer. Muss ich doch nichts bezahlen? Was ist das denn? Ich klicke das besser mal weg. Hä? Warum wurde denn gerade der Taschenrechner gestartet? Nun, das ist eine Auswirkung des aktuellen Microsoft Word-Exploits CVE-2022-30190, dem man den hübschen Namen Folina gegeben hat. Auf der linken Seite siehst du eine Kali-Linux-Maschine, auf der ein Skript des Sicherheitsforschers John Hammond läuft, das ein gefährliches Word-Dokument erzeugt hat. Öffnet man dieses Word-Dokument, wird eben der Taschenrechner gestartet. Man könnte darüber aber auch jeden beliebigen anderen Code ausführen, denn dieser Exploit ermöglicht Remote-Code-Execution. Das ist sozusagen der heilige Gral für jeden Hacker. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist noch kein Patch von Microsoft veröffentlicht worden. Deshalb zeige ich nicht, wie man den Exploit ausnutzt, sondern gebe dir zwei verschiedene Lösungen an die Hand, mit denen du dich davor schützen kannst. Wichtig, ich erkläre hier nicht, wie man den Folina-Exploit technisch ausnutzt. Ich zeige lediglich, wie du dich davor schützen kannst. Aber was ist Folina genau? Falls du es noch nicht wissen solltest, worum es geht, kommt jetzt eine Kurzfassung. Vor kurzem wurde ein neuer Zero-Day in Microsoft Office gefunden, der Remote-Code-Execution ermöglicht. Nach allem, was bisher bekannt ist, gibt es eventuell auch andere Möglichkeiten, diese Schwachstelle auszunutzen. Der Sicherheitsforscher Kevin Beaumont hat dieser Lücke den Namen Folina gegeben. Ich möchte hier aufgrund der strengen YouTube-Richtlinien jetzt nicht zu genau auf die technischen Einzelheiten eingehen. Nur so viel. Ein Angreifer versendet eine Word-Datei, die beispielsweise vom Opfer auf den Zielrechner heruntergeladen wird. Das Dokument verweist auf eine HTTPS-URL, die wiederum auf eine HTML-Datei mit JavaScript-Code verweist. Über den JavaScript-Code wird auf eine URL mit vorangestellten ms-msdt statt HTTPS verwiesen. msdt steht für das Microsoft Support Diagnostic Tool, also das, was eben beim Öffnen des Word-Dokuments aufgegangen ist. Durch diese, ich nenne es jetzt mal msdt-URL, kann dann Chartcode übermittelt werden. Das perfide an dem Angriff ist, dass man keine Makros oder ähnliches aktivieren muss. Wenn die Datei nicht im Doc-Format, sondern als RTF-Datei bei euch ankommt, dann gibt es Konstellationen, in denen es bereits genügt, dass die Datei nur im Windows Explorer angezeigt wird. Du merkst schon, der Tipp, öffne keine fremden Dateien, reicht hier diesmal also nicht aus. Doch wie löst man das Problem dann? Nun, der erste Tipp besteht darin, einen Eintrag aus der Windows-Registry zu löschen. Dieses Vorgehen beschreibt Microsoft auch als schnellen Workaround, um die Gefahr zu bannen, bis ein Patch verfügbar ist. Wie setzt man das um? Ganz einfach. Drücke die Tastenkombination Windows und R und gib in das sich öffnende Suchfeld Rack Edit ein. Bestätige deine Eingaben mit der Enter-Taste. Jetzt bist du in der sogenannten Registry. Dort suchst du hier oben nach dem Schlüssel Computer, Backslash, H-Key Classes Root, Backslash, MS-MSDT. Einfach hier oben eingeben und dann wird er dir hier in der linken Spalte markiert. Diesen Registry-Key müssen wir einfach nur löschen. Davor solltest du ihn aber exportieren, um ihn später, wenn ein Patch zur Verfügung gestellt wurde, wieder einspielen zu können. Klicke für das Backup des Schlüssels auf die rechte Maustaste und wähle die Option Export bzw. Exportieren aus. Vergib noch einen schönen Namen, wie beispielsweise MS-MSDT-Backup und klicke auf Speichern. Ich habe mir den jetzt hier einfach mal auf dem Desktop gesichert. Jetzt muss der Schlüssel nur noch gelöscht werden. Dazu wieder die rechte Maustaste klicken und auf Delete bzw. Löschen klicken. Fertig. So, dann probieren wir mal aus, ob dieser Exploit immer noch klappt oder ob der Workaround funktioniert hat. Dazu starte ich das Dokument erneut und es passiert nichts. Sehr gut. Um den Registry-Key wieder zu importieren, klickst du mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählst Mehr Optionen anzeigen aus. Dort angekommen klickst du auf Zusammenführen bzw. Merge. Schau, hier neben erscheint jetzt wieder der Registry-Key. Wenn wir jetzt erneut versuchen, durch einen Klick auf die Word-Datei den Exploit zu triggern, sehen wir, dass es leider wieder funktioniert. Du solltest den Registry-Key also erst dann wieder eintragen, wenn es einen offiziellen Patch für Folina gibt. Halte außerdem deine Antiviren-Software aktuell. Eine weitere Lösung siehst du bereits hier auf der rechten Seite. Verwende eine virtuelle Maschine, in der du Dokumente sich eröffnen kannst. Was ist das denn schon wieder? Nun, wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen virtuellen Rechner, also quasi einen Rechner im Rechner. Genauer gesagt ist es ein softwarebasierter Rechner mit einem eigenen Betriebssystem, eigenen Anwendungen und so weiter. Wenn du beispielsweise als Archer, zu denen ich mich by the way auch zähle, eine Software starten möchtest, die nur unter Windows läuft, dann kannst du dir eine virtuelle Maschine erstellen, in der dann eben Windows läuft. Der Schlüssel zur Umsetzung ist ein Stück Software, das auf einem sogenannten Host installiert wird und Ressourcen von der Hardware, auf der sie läuft, auf Anfrage für die virtuelle Maschine zur Verfügung stellt. Diese Software nennt sich Hypervisor. Ist ein Hypervisor vorhanden, dann können die bereits erwähnten virtuellen Maschinen installiert werden, die dann auch als Gastsysteme bezeichnet werden. Das kostenfreie Programm VirtualBox, das du bereits aus meinen Videos zum Einrichten einer virtuellen Maschine kennst, ist ein solcher Hypervisor. Lade dir das Programm auf der offiziellen Webseite herunter und installiere es. Um eine virtuelle Windows-Maschine einzurichten, gibst du bei Google einfach mal Windows VirtualBox Image ein und klickst auf den ersten Link. Unter der Rubrik Download a Virtual Machine kannst du dir ein Image für deinen Hypervisor herunterladen. Da wir VirtualBox verwenden, klicken wir auch VirtualBox an. Aber Vorsicht, die SIP-Datei ist 20 GB groß, das heißt mit der ultraschnellen Internetverbindung hier in Deutschland könnt ihr diese immense Dateigröße wie ein Meteor in deiner Festplatte einschlagen. Das dahinter steckende Windows-11-System ist übrigens nur bis zum 10. Juli 2022 gültig. Danach musst du dir ein neues besorgen. Hier unten steht noch einmal, was dort alles drin enthalten ist. Um das heruntergeladene Windows jetzt nutzen zu können, gehst du hier oben auf Datei und wählst den Punkt Appliance importieren aus. In dem Feld Datei gibst du den Pfad zur entpackten OVA-Datei an und öffnest diese. Klicke anschließend auf Weiter. Hier siehst du jetzt noch einmal alle Einstellungen für deine Appliance. Du musst dann nichts ändern und kannst direkt auf Importieren klicken. Das dauert jetzt erstmal ein paar Minuten. In der Zwischenzeit kannst du dir mein Video anschauen, in dem ich meine Zimmerlampen per Gedankengraft gesteuert habe. Wenn der Import erfolgreich war, klickst du hier oben auf den großen grünen Pfeil und startest ein Windows-System auf, beispielsweise, deinem Windows-System. Nach der Windows-üblichen Wartezeit wirst du direkt mit dem hübschen Design von Windows 11 begrüßt und kannst dir dort nach Lust und Laune Malware herunterladen. Alles, was innerhalb dieser Maschine passiert, bleibt auch in dieser Maschine. Da ich mich aber immer doppelt und dreifach absichere, läuft diese VM natürlich auf einem Rechner, auf dem keiner meiner Social Media Kanäle auch nur irgendwie verknüpft ist. In dieser VM kann ich dann beispielsweise Games, die mir im Rahmen eines Fake-Sponsorings geschickt werden, auf Malware untersuchen oder Phishing-Links öffnen. Denn wenn in dieser sicheren Sendbox etwas passiert, dann weißt du ja, bleibt es auch dort. Natürlich sollte man aufpassen, dass man sich nicht in der Sendbox, in der man Phishing-Links oder Malware testen möchte, in seinem Google-Account oder sonst irgendwo anmeldet, denn dann bringt auch der Schutz durch die VM nicht viel. Stattdessen sollte man sich diese Links, die einem zum Beispiel an die E-Mail-Adresse zugesendet wurden, aufschreiben und dann in der VM eintippen. Alternativ zu einer VM kannst du auch die Windows-Sendbox verwenden, wenn du Windows Professional oder Business nutzt. Wie diese Sendbox funktioniert, zeige ich dir in einem anderen Video. Sprechen wir nun über einen möglichen Prozess zum sicheren Untersuchen von E-Mail-Anhängen. Sobald eine E-Mail eingeht, wird diese automatisiert an eine Sendbox-Umgebung weitergeleitet, in der dann Anhänge heruntergeladen und ausgeführt werden können. Natürlich befinden sich in der Sendbox etwaige Antivirenprogramme, die den heruntergeladenen Inhalt scannen können. Zusätzlich dazu werden die Inhalte dann ausgeführt und ihr Verhalten beobachtet. Fällt sich die Anwendung verdächtig oder wird, wie im Falle vom Vodena, beispielsweise PowerShell-Code ausgeführt, natürlich ist damit noch mehr möglich, dann soll ein Alarm ausgegeben und der Anhang in Quarantäne geschoben werden. Hast du schon von diesem neuen Word-Exploit gehört? Nutzt du überhaupt Microsoft Word? Bist du dem Exploit vielleicht sogar schon zum Opfer gefallen? Dann schreib's gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.